Herzlich willkommen zu einem neuen Shop Video. Wenn euch die Videos hier auf dem Kanal gefallen, würde ich mich über ein Abo freuen, aus dem bewertet, kommentiert und teilt natürlich gerne das Video. Und schaut auch gerne auf eurem Twitch Kanal vorbei und lasst dort einen Follow da. Link dazu ist in der Videobeschreibung und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt den Item Shop an. Heute haben wir eine neue Lackierung und den Sompfandskin wieder zurück. Wir hatten mittlerweile auch drei neue Stile. Einmal den Standardstil, dann den blauen Stil, den orangenen und den violetten Stil. Dann gibt es den Agent des Chaos Skin wieder im Shop. Einmal im Standard- und im Modderstil. Dazu dann die Chaos Sensor als Spitzsacke und die schwarze Schleimlackierung. Dann haben wir als nächstes die Skins von gestern. Einmal die Scharlachkommandantin und dann der blutrote Elite Skin. Als nächstes haben wir den verderbte Reisende Skin. Dann die Sompfjägerin. Dann haben wir den Papierflugzeugleiter. Dann haben wir die neue manisches Mosaik Lackierung. Ist auch leicht animiert. Hier bewegen sich im Prinzip diese Musikstückchen von der Farbe her. Und dann haben wir als nächstes den geschmeidigen Moves. Die Mode. Und dann noch als letztes den Hüftschung-Mode. Das war es dann mit dem Morning Shop Video. Ich hoffe es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao.